Hallo Leute, na, was geht? Willkommen zum Livestream und auch willkommen auf YouTube. Wir spielen heute The Legend of Zelda Link's Awakening. In Gedenken an meine verstorbene Oma. Ich muss noch eben das Spiel einmal angeben. Da. Ja, das ist Link's Awakening. Ja, willkommen. Das ist der Stream an meine verstorbene Oma gewidmet. Denn meine Oma hat mir damals, als ich fast weiß ich wie viele Jahre, ich glaube 5. Ich glaube ich war, ne, jünger, jünger. 4 oder so, ich weiß es nicht genau. Ach, meine Oma hat mir damals jedenfalls das Zocken gezeigt. Und zwar mit The Legend of Zelda Link's Awakening. Und sie hat heute, beziehungsweise in der Nacht von heute auf morgen eigentlich, ihren Todestag. Vor 5 Jahren ist sie nämlich gestorben. Und ich habe mir schon vor 2 Jahren, glaube ich, gesagt, ich werde dann an diesem Tag einen Stream machen. Und den ihr widmen, einfach weil ich ihr so dankbar bin, dass sie mir erstens das Zocken beigebracht hat. Zweitens so eine coole Spielereihe, wie sie Legend of Zelda gezeigt hat. Und drittens, einfach weil sie meine Oma. Sie war toll. Und, ja. Wir starten das Spiel, indem wir uns erstmal Doki nennen. Ja. Doki. Und, ich werde nicht viel vorlesen in diesem Spiel. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ähm. Ich werde so spielen, wie ich sonst auch immer gespielt habe. Das heißt, ich werde jetzt einfach, einfach runterrattern, runterspielen. Meine Route gehen, so wie ich sie sonst auch immer gegangen bin. Und, ja. Das hier sind Marien und Tarin. Tarin hat das Shield von uns gefunden. Und das schenkt er uns jetzt halt wieder. Und irgendwie laggt es ein wenig. Habe ich das Gefühl. Aber wirklich nur ein bisschen. Ja, ein bisschen sehr, ne? Ei, ei, ei. Moment mal eben. Kann ich ja ein bisschen was ändern. Äh, wo hatte ich das denn hingestellt? Hingestellt. Da. Das. Wow, jetzt lag das noch mehr. Hoch, GG. Ähm. Obwohl, ja, Moment. Äh. Ach, Gottchen. Damit müsst ihr kurz auskommen. Äh, das. Ach, Gott. Warum ist das denn jetzt so? Mann. Das kann doch nicht sein. Konnte ich das denn einstellen? Scheiße. Da. Das ist nicht wahr, ey. Das ist nicht wahr, ey. What. The. Fuck. Ähm. Kann ich das wieder umstellen? Mach ich das nochmal hier. So. Moment. So. Wenn ich da... Och, Gott, ey. Geilster Stream ever. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Meine CPU-Auslastung ist eigentlich nicht so anders als sonst. Das heißt, sie ist normal. Äh, ist nichts ausgelastet. Hab ich vielleicht... Moment. Da muss ich vielleicht was umstellen. Ja, Moment. Ah. Ja, jetzt. Okay, alles klar. Super, Leute. So, jetzt können wir anfangen zu spielen. Gut. Ähm, ich muss erstmal das auf A legen. Ich hab mein Schwert immer auf B. Immer. In jedem Spiel. Und wir müssen uns jetzt an den Strand begeben. Ich wurde getroffen. Verdammt. No. Wir müssen uns jetzt hier an den Strand begeben. Mit dem Schild diese Stachel Gegner wegschieben. Und hier zu unserem Schwert gelangen. Jetzt kommt erstmal diese nervige Eule, die kein Mensch leiden mag. Äh, ja. Wir sind der Grund, warum Monster hier so aufgeregt sind. Die Legende erzählt nämlich von einem Mann, der hierher kommt, um den Windfisch zu wecken. Da hat man eben einen kleinen Schreibfehler sehen können. Da stand nämlich Wecken mit KK. Und ja, wir müssen nämlich wecken, um die Insel wieder verlassen zu können. Und wir sollen jetzt in den Zauberwald im Norden gehen. Machen wir jetzt auch. Wir haben unser Schwert gefunden. Yeah. Das ist geil. Würde ich jetzt mal sagen. Tja. Nice. Äh, zack. Ja, mit dem Schwert können wir jetzt hier halt erstmal die Gegner wegschnetzeln, die wir vorher wegschieben mussten. Zack. Okay. Und in den Zauberwald erwartet uns ein bisschen Action, sag ich mal. Und der erste Dungeon-Schlüssel. Und nein, das mach ich später. Ich hab so meine Standard-Route, die ich immer gehe, in der ich immer alles mache. Oh, willkommen im Zauberwald, ja. Die Insel ist auf keiner Karte markiert. Kein Weg führt zur Außenwelt, yo. Nur wenn der Windfisch wach ist, können wir hier wieder verschwinden. Und auf der Insel Kokolint, auf der wir uns befinden, sind andere Naturgesetze. Und ja, bevor wir den Windfisch aufwecken können, werden wir einiges erleben. Und jetzt erzählt er uns von dem Wurmpalast und dass der Schlüssel hier in diesem Zauberwald liegt. Und ja, ich hab das Spiel schon so unzählige Male durchgespielt. Ich könnte das eigentlich alles sogar vorlesen, auch wenn ich's die ganze Zeit durchskippe. Aber naja. So, wir müssen jetzt uns erstmal hier durchbewegen. Zack. Zack. Oh, wir haben jetzt erstmal ein Götterhorn bekommen. Das heißt, wir kriegen jetzt halb so viel Schaden vom Gegner. Wenn jetzt ein Gegner ein Herz Schaden machen würde, würden wir nur noch ein halbes Herz Schaden bekommen. Und ja, da seht ihr schon mal das erste Herzteil, was wir sehen werden. Und hier einen Zauberpilz, den wir brauchen, um ein Item, unser erstes neues Item zu bekommen, glaube ich. Ja, unser, ja, ja, unser erstes neues Item zu bekommen. Äh, so. So, zack, zack. Und weiter. An das Herzteil kommen wir leider noch nicht ran, da wir noch keine schweren Sachen heben können. Dass ich da Schaden bekommen habe, ist ein bisschen unlucky. Aber okay, das verkraften wir. Das verkraften wir. Eindeutig. So, wir müssen jetzt nicht noch mehr Schaden kassieren. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber okay. Kein Schaden. Nicht mehr so viel Schaden nehmen. Ich spiele mit Controller, das ist ein bisschen komisch. Kann nämlich nicht schräg runterlaufen, so wirklich. Zumindest nicht so, wie ich es möchte. Ist ein bisschen komisch. Aber werde ich mich schon dran gewöhnen im Laufe der Zeit. So, hier müssen wir jetzt ihr den Pilz geben. Schlummermorschel, yeah. Cool, ich zauber dir was. Ja. Ja, Spulver ist fertig. Probier es doch gleich mal hier aus. Yo. Wir sollten es jedoch nicht verschwinden. Okay, machen wir nicht. Wir haben das Pulver bekommen. Alles klar. Äh, manche Text, Text, äh, Passagentexte kann man mit B halt überspringen. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit A drücken oder nicht den ganzen Text durchlaufen lassen. Man drückt einfach B und der ganze Text ist weg. Einfach weg. Ziemlich cool. Oh, oh Gott, oh Gott. Okay, noch ein Götterhorn. Und zwei. Da zum Beispiel habe ich gerade den Text geskippt, indem ich B gedrückt habe. Und ja. Ja, ja. Ich hoffe, das geht alles mit dem Sound so. Ich hoffe, es geht alles mit dem Sound so. So, wir müssen jetzt hier den lieben Waschbären entzaubern. Ähm. Wir könnten den Text überspringen. Ja, gut, wir haben den Text übersprungen. Tarin, das war Tarin, der meckert halt oder der erzählt irgendwas und wir konnten hier halt vorher nicht durchgehen, weil der Waschbär das nicht wollte. Und ja. Jetzt haben wir den Wurmschlüssel bekommen. Das Ding ist, jetzt kommt wieder die Eule und wir kommen nicht rechtzeitig wieder weg. Nimm diesen Schlüssel, geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Yo, der Windfisch wartet bereits. Ja, unser Ziel in diesem Spiel ist es tatsächlich Musikinstrumente zu sammeln. Acht Stück sind es und diese Musikinstrumente sind halt in diesen verschiedenen acht Palästen und die brauchen wir, um später in das Ei des Windfisches reinzukommen, um ihn aufzuwecken. Und ja, jetzt springe ich hier mal rein in dieses Loch und hier ist ein Herzteil und warum ich das jetzt erst mache und nicht eben schon gemacht habe, ist, wir kommen hier unten wieder raus und können halt ganz normal den Weg weitergehen. So hätten wir dann nochmal außenrum und hochrennen müssen und das hätte halt ein bisschen Zeit gekostet, sag ich mal. und ich weiß nicht, immer wenn ich dieses Spiel spiele, spiele ich es recht schnell, sag ich mal, durch. Das ist jetzt kein Speedrun an sich, aber ich spiele es schon relativ schnell. Das ist auch ein kleiner Trick, man kann die den Schlüssel einfach von der Seite in dieses Schlüsselloch einpacken, wie es aussieht. Vielleicht ist in der Seite auch nochmal so ein geheimes Schlüssellochfach oder so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier, oh, ein Teil der Macht und den Kompass bekommen. Ja, wir sehen jetzt mit dem Kompass, wo sich Entboss und Truhen befinden und ein akustisches Signal zeigt an, wenn wir einen Raum betreten, ob hier ein Schlüssel versteckt ist. Jetzt haben wir einen Teil der Macht, dieser Teil der Macht beschleunigt uns. Wie ihr seht, wir sind ein kleines Stückchen schneller. Es gibt auch einen kleinen Trick, den man machen kann und zwar kann man rein theoretisch, wenn man es will, das Schwert jetzt wegpacken. Das heißt, aus dem Inventar raus, beziehungsweise nicht Inventar, aber unten aus dem AB-Slot raus und ins Inventar stecken. Wir haben ja die Karte, hier haben wir die Karte gefunden, okay. Und dann geht der Effekt nicht mehr weg. Das heißt, ja, der Effekt bleibt einfach die ganze Zeit vorhanden, bis wir das Schwert halt wieder nehmen. Die Truhe holen wir uns später. Zack, wegschieben, hier den Schlüssel benutzen und weiterlaufen. Und wir sind schon nahe an unserem ersten Item, oder an unserem nächsten Item dran, an diesem Dungeon Item. Hier brauchen wir jetzt erstmal den Schild. Zack, zack. und eine Treppe erscheint. Ja, diese Frösche kann man entweder mit dem Schwert besiegen oder auf sie rauf fallen. Wenn man auf sie rauf fällt, dann droppen sie zu 100% in Herzchen und wenn man sie einfach nur so wegkickt, dann nicht. Jetzt haben wir die Feder bekommen. Damit können wir Sprünge machen und das ist mein Lieblings-Item in The Legend of Zelda. Die Feder ist einfach das geilste Item, was es gibt. Ohne Witz. Es ist so traurig, dass es so vielen verschiedenen Zelda-Spielen nicht mehr da ist. macht mich so traurig. Es ist einfach echt cool. Feder ist echt echt ein schönes Item. So, zack. Da bräuchten wir Bomben um, ich glaube, Zaubermuschel oder so? Was bekommen wir da? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe diesen Weg so selten geöffnet. Entweder Zaubermuschel oder Geld. Was es mit den Zaubermuscheln in Aufsicht hat, werde ich auch nochmal später erklären. Ich kontrolliere gleich nochmal den Sound, wie das ist. Ob ich jetzt übersteuere oder ob ich nicht übersteuere. Ich hoffe nämlich übersteuere, nicht ey. Das wäre echt nicht so cool. Ja, hier haben wir jetzt einen großen Schlüssel bekommen. Und das heißt, wir gehen jetzt weiter Richtung Boss. Denn mehr haben wir in diesem Dungeon eigentlich nicht wirklich zu tun. Wir müssen jetzt halt hier durch. Hier oben könnten wir jetzt noch Wow, okay, das habe ich noch nie Ewigkeit nicht mehr gefällt. So, wir müssen diese Dinger auf den gleichen auf das gleiche Zeichen bringen und bekommen hier den Teil der Steintafel. Den können wir jetzt da oben halt einsetzen bei dieser Steintafel und der würde uns dann Hinweise geben. Aber, ja, hier sind wir beim Miniboss des Dungeons. Da wir immer noch den Teil der Macht haben, haben wir den relativ schnell besiegt und bekommen eine Fee. Jeder Miniboss droppt eine Fee. Was ich da gerade Schaden genommen habe, ist auch ein bisschen doof. Und ja, hier haben wir jetzt den ersten Boss, der mich gleich besiegt, was nicht so kakel. Was nicht so gut ist, denn eigentlich wollte ich dieses Spiel durchspielen, ohne einmal zu sterben. Denn dann gibt es noch ein kleines Secret. Aber, ich bin bei diesem ersten Boss noch nie gestorben, ey. Weil ich spiele auch gerade ein bisschen übermütig und kriege ein bisschen zu viel Schaden. Schon wieder? Alter. Okay. Wow, was ist denn los mit mir? Ich bin aufgeregt, glaube ich. Ich bin aufgeregt. Und ich sollte mich mehr konzentrieren. So, jetzt aber. So, zack. 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 Okay, und wir haben ihn. Würde ich hier runterfallen, dann würde ich übrigens unten in einem Raum landen und die Treppe hochgehen müssen, die wir da eben in dem Raum zuvor auch schon einmal gesehen haben. Hier diese Treppe. Da würde ich dann wieder rauskommen. Müssten wir den Boss halt nochmal machen. Und hier haben wir unser erstes Musikinstrument. Die Muschelgeige. Und jedes Musikinstrument hat nochmal einmal einen extra Sound von sich selber. Immer wenn wir es einsammeln. Gut. Sumpf. Sag mir, wo die Blumen blühen. Ja, nach jedem Dungeon kriegen wir einen Hinweis, wo der nächste Oh, das Musikinstrument der Sirene. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest. Dieses Instrument und sieben andere haben die Kraft, den Windfisch zu wecken. Ich muss sie alle sieben finden und habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führte ich deinen Weg in den Schleimsumpf im Norden. Da war noch was. Ach ja. Uhu. Ja. Gut. Was hatte ich gerade gesagt? Genau. Nach jedem Dungeon kommt ein kleiner Hinweis, wo sich der nächste Dungeon befindet. Und diesen Text empfehle ich euch zu skippen. Mit B. Weil, ja. Das ist sehr nervig. Die sagen nämlich übel viel. Die labern richtig viel. Und hier haben wir unsere erste Zaubermuschel. Diese Zaubermuscheln brauchen wir, um später das Level 2 schwer zu erhalten. Und hier beginnen wir jetzt unsere Sidequest. Und zwar müssen wir uns diese Yoshi-Puppe hier holen. Zack. Mit B den Kran in die richtige Position bringen. Mit A auch nochmal und jetzt einfach warten. Einfach warten. Ich kann hier leider nicht meine Feder benutzen. Das ist voll doof. Sonst würde ich hier rüberspringen. Jetzt einfach alles schnappen. Und zack. Sehr gut. Du hast die Yoshi-Puppe behalten. Juhu. Sehr cool. Ähm, da ich jetzt schon gestorben bin, kann ich auch hier einen kleinen Trick anwenden. Und zwar seht ihr hier eine Schaufel. Und die kostet 200 Rubine. Aber man kann auch einfach bei diesem Typen hier klauen. Ah, wenn ich es richtig machen würde. Und zwar muss er halt weggucken und dann müssen wir einfach rausgehen. Wow, er hat es nicht gemerkt. Aber plagt ich nicht dein schlechtes Gewissen? Ja, deswegen gehen wir hier wieder rein und oh mein Gott. Das war mir eine Warnung. Jetzt zahlst du mit dem Leben. Ja, er bringt uns einfach eiskalt um. Eiskalt bringt er uns um. Und jetzt hat er hier erstmal Bomben, die wir uns auf jeden Fall snacken. Die kaufen wir uns auch, ganz normal. Und hier seht ihr einen Bogen. Den snacken wir uns auch, weil 980 Rubine habe ich keinen Bock zu farmen. Muss ich ja zugeben, ne? Und jetzt müssen wir halt auch nie wieder in diesen Laden rein. So, deswegen, falls ihr nicht sterben wollt, wäre es vom Vorteil, wenn ihr, äh, wo muss ich die Yoshi-Puppe nochmal abgeben? Ach genau, ja doch, doch. Okay, alles klar. Äh, erstmal können wir hier rein. Und ich glaube, hier? Irgendwo? Dann war es auf dem Fleck. Noch? Nicht? Hä? Okay, Moment. Irgendwo hier ist nämlich eine Zaubermuschel. Irgendwo hier ist eigentlich, ach, ach, die liegt da hier. Oh, okay. Ja, eine Zaubermuschel holen. What the fuck? Voll gefehlt. Ähm, und jetzt müssen wir die Yoshi-Puppe abgeben. Ne, warte mal, wo muss ich die Yoshi-Puppe nochmal abgeben? Ne, unten müssen wir das Hundefutter abgeben. Oder will, warte mal. Warte, will der Typ das, äh, kacke, dass ich das nicht mehr weiß. Ne, der wollte nicht, oder? Ne, was anderes hast du nur her damit. Ne. Ach, oh Gott, ja, klar, Mann, ey. Gut. Oh Gott, ich will mich hier, will ich sagen, dass ich dieses Spiel 50 Mal durchgespielt habe. Unzählige Male. Yoshi-Puppe müssen wir hier abgeben, ne? Wieso geht es denn diese Seite des Hauses? Ich weiß es nicht. Bei ihr hier müssen wir das abgeben. Ja, genau. Jetzt bekommen wir, was bekommen wir nochmal? Ne Schleip hier, ne? Ne, ne Puppe. Ah, doch, doch, Schleipe. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.